Hallo, mein Name ist Daniel. Herzlich Willkommen. Das sind Folgen von Feueralarm in Berlin. Und diese Mammels scheiben wie Feueralarm. Da müssen jetzt drücken, dann geht er wieder hin. Okay, ich mach jetzt Tim weg. So, okay. Achtung, Einsatz. Ein Feueralarm. Notfallnot. Ein Feueralarm. Scheiben wir ein. Ein Feueralarm. Oh, hier wirklich? Okay, ich geh die, ja. So, lass mal gucken, was Feueralarm ist. Was machst du denn da? Ein Feueralarm. Ein Feueralarm. So, lass mal gucken. Oh, da kann's nicht Feueralarm sein, ja. Das ist gefährlich. Okay. 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 wenn es noch heute über scheiben die feueralarm ausgescheitert muss okay achtung ein feueralarm für euch ein 90 graden einsatz okay let's go ok fahren wir jetzt los ja vorsicht scheiben wir wir fahren jetzt die feuer bei feueralarm feueralarm ja wir fahren wir nicht das ist die in so kaya zwei kaya 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 ja kaya feueralarm ok wer war das hat feueralarm du war das nein da sind ok was machst du da da kommt feuerwehr hallo polizei das ist nicht gut es ist feuerwehr hallo die feuerwehr jetzt was ist passiert er hat feueralarm geschlagen mit er hat feuer schlagen du war das nein daniel das ist nicht gut jetzt keine angst jetzt wir müssen alarm frei ja 70 90 zentrale ein 90 ein feueralarm geschah mit feueralarm ein 9 72 ja sag mal gucken hat er ja hat lampe ist ja schuldig um für feueralarm schuldigung für feueralarm ja zeig mal gucken ja schuldigung für feueralarm ja zeig mal gucken ja zeig mal gucken zeig mal jetzt ja eine schuldig um auf So, nur...unfall...nur'n Fall. So, danke, Daniel hat Feueralarm. So, du bist falsch jetzt, okay? Du musst nicht Feueralarm schlagen, ja? Es ist...okay, Feueralarm schlagen kann man nicht, ja? Danke, Feuerwehr, er hat den Feueralarm geschlagen. Okay. Der Alarm ist frei. Der Alarm ist frei. Hooray! Was ist? Der Alarm ist frei. Sehr gut. Danke. Okay. Das war's. Hier holen wir Time to Team. Team? Ja. Von Polizei. Daniel, es geht nicht! Oh je! Es geht nicht, ja? Ja. Und da? Ja. Und da? Du bist frei. Ich sage dir. Da. Ich sage dir. Du bist frei. Du bist frei. Du bist frei. Ich sage dir. Viulares Cauchy- Matsch. Ich sage dir. Achtung, ein Einsatz. Ein neuen Einsatz. 1,90,70. Oh, oh, wirklich? Ja, okay, keine Angst jetzt, ja? So, das muss ich jetzt gucken, ja? Oh, oh, I, I take stocks. I stocked too. I stocked it, that's a key. Oh, yeah. Ein Einsatz, ein Feueralarm ausgeschaltet. Wurde ein Einhilfefeueralarm? Hey, keine Angst jetzt, ein Feueralarm, ja? Was machst du? Was ist passiert? Ein Feueralarm. Ein Feueralarm. Ja, was soll ich jetzt? wir fahren jetzt so farb so die hier bei feueralarm wirklich jetzt auf die seite ein feuer alarm hallo die feuerwehr was ist passiert ein feueralarm ausgeschaltet für notausgang notausgang ja bei notausgang was ist passiert hier los mein gott das ist die feuerwehr ja an ganz genau selber okay keine angst jetzt ja wir suchen mal ja gott ein feueralarm ausgeschaltet zum wieder jetzt zwar ja wir suchen mal jetzt ja ich hab ich den okay sag mal wir müssen so farb ja okay okay danke da ihnen hat die not verloid bitte ja 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 Ok Oh, oh, die Messerene an. Was ist los? Mein Auto ist ab und Feuer mit Unfall. Keine Angst jetzt, ja? Wir suchen mal, ja? Hände da. Bác cho con đứng ra bản lý một nhà hàng. Nhìn hay đây. Hmm, obis. Từ đó rất dễ dùng nước bác. Bác muốn con thấy mặt bác. Thì nó mạnh một chút. Dạ. Thì đâu ạ? Thì ở Canada. Bác nó giỡn thì nó thiệt dậy. Chuyện đó là bác nó thiệt 100%. Bác nó cười bình bình thường. Và sẽ có người đưa cho con đi. Bác nó cười bình thường. Bác nó cười bình thường. Bác nó cười bình thường. Anh đã sắp thức xăng phù. Đổi trong đêm này. Sẽ có người trẻ em ca biên giới. Ở trạm nhà người quen xin hành. Sáng sớm mai đưa em qua Campuchia. Từ Campuchia. Sẽ có người đi em qua Canada. Ủa? Mà sao gấp vậy bác? Mà bác biết bác. Mà con nghe bệnh này. Mà bác xui được rồi. Mà có tiệm nhận. Một thiết chức xứng dưỡng sang ở bậu sân đằng trước. Những cô giới sức. Không mà phát triển. Mình đã phát triển khuyên hạn khắp cầu quốc. Đúng rồi. Oh my god. Oh je. Die Huf. Oh oh. Ist tot. Nein. Bác biết. Không phải chết để nghe được bác. Đi là. Con phải chung chung chung. Chứ đâu phải được xuất cảnh làm bài lắm. Không biết gì nào? Đã nhìn. Đi nhìn. Es geht nicht, es geht nicht, ja? Komm schon jetzt. Hufo Co. Bác ơi, bây giờ cô phải làm sao thế, Bác? Sau đó lại có phần 2.000 viet ra không? 3 lần mất, tôi nuôi mày thân cứng, và coi gì bị con của tao, này tôi cho mày đi nước ngoài. Để cho mày thuốc vào cái tháng tử. Với lại để cho mày rõ rừng rước Dài mới nữa, tao chết thằng 2 Untertssank mình ra sau của mày. Aber Geht ihr? Spiegel? Geht ihr? Geht ihr? Geht ihr? Ich habe zwei andere Sachen. Okay, danke!